Sie haben Preisrisiken aus regelmäßigen Rohwarengeschäften und suchen für diese eine Sicherung? Dabei möchten Sie bereits heute für Ihre Rohwarenposition Kalkulationssicherheit erreichen, ohne dafür Ihre Flexibilität aufzugeben? Dann könnte die Rohwarenoption für Sie interessant sein. Und so funktioniert sie. Sie treffen mit der Commerzbank eine Vereinbarung. Indem Sie eine Prämie zahlen, erwerben Sie das Recht, aber nicht die Verpflichtung, während der vereinbarten Laufzeit an festgelegten Terminen in der Zukunft regelmäßig eine festgelegte Menge der Rohware zu handeln. Der Preis der Rohware, der Basispreis, wird hierfür schon bei Geschäftsabschluss festgelegt. Ihr Grundgeschäft bleibt dabei unverändert bestehen. Sie üben die Option aus, wenn der variable Preis der Rohware an einem Termin im Vergleich zum Basispreis für Sie ungünstiger notiert. Dann erhalten Sie eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz und handeln zum Basispreis. Notiert der variable Preis dagegen günstiger, lassen Sie die Option verfallen. Sie können Ihr Grundgeschäft dann zum aktuellen Marktpreis tätigen. Die Rohwarenoption hat für Sie den Vorteil, dass Sie eine sichere Kalkulationsgrundlage haben und Sie gleichzeitig an für Sie positiven Preisentwicklungen der Rohware teilhaben können, da Sie im Optionsgeschäft nicht verpflichtet sind. Mit Abschluss der Rohwarenoption gehen Sie die folgenden Chancen und Risiken ein. Zunächst betrachten wir die Chancen. Der festgelegte Basispreis in der Rohwarenoption bietet Ihnen Planungssicherheit für Ihre Rohwarenposition. Notiert der variable Preis der Rohware für Sie ungünstiger als der vereinbarte Basispreis, haben Sie das Recht, zum für Sie günstigeren Basispreis zu handeln. Sie erhalten dann von der Commerzbank den Differenzbetrag. Notiert der variable Preis der Rohware für Sie hingegen günstiger als der vereinbarte Basispreis, lassen Sie die Option verfallen. Sie unterliegen keiner Verpflichtung aus der Rohwarenoption und handeln zum aktuellen Marktpreis. Der Marktwert kann sich für Sie positiv entwickeln. Bei vorzeitiger Auflösung erhalten Sie eine Ausgleichszahlung. Und nun betrachten wir die Risiken. Sie müssen bei Abschluss der Rohwarenoption eine Prämie zahlen. Notiert der variable Preis der Rohware für Sie günstiger als der vereinbarte Basispreis, verfällt die Option wertlos. Die von Ihnen geleistete Prämie wird nicht erstattet. Bei Geschäftsabschluss hat die Rohwarenoption einen aus Ihrer Sicht positiven Marktwert. Dieser ist jedoch geringer als die gezahlte Prämie. Der Marktwert kann sich für Sie auch negativ entwickeln. Bei vorzeitiger Auflösung erhalten Sie eine Ausgleichszahlung, die jedoch geringer ist als die gezahlte Prämie. Insgesamt ist die Rohwarenoption ein passendes Instrument für Sie, wenn Sie eine verlässliche Kalkulationsgrundlage für Ihre Rohwarenposition mit der Möglichkeit, an für Sie positiven Preisentwicklungen teilzuhaben, kombinieren möchten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017